Mein Name ist Andrea Bieler und ich bin 48 Jahre alt. Ich bin gerne aktiv und laufe gerne, also läufe und bin gerne mit Menschen zusammen. Es gab mehrere Gründe. Also eigentlich wollte ich das mit meinem Sohn auflösen, warum das so schwierig ist und mutiger werden. Ja, und für mich einfach mal zu gucken, warum ich immer in die gleichen Situationen gelange. Ja, erst mal gar nichts, weil ich konnte mir nicht so wirklich was darunter vorstellen. Also ich habe schon ganz viele Sachen gemacht, die in nicht so diese klassischen Sachen reingehen. Aber unter dem konnte ich mir nicht so wirklich was vorstellen, weil ich habe ja noch einen Anlauf vorher gehabt und da war ich total ängstlich. Und diesmal war ich es gar nicht und habe das auf mich wirken oder auf mich zukommen lassen. Das kann ich eigentlich nur mit Ja beantworten. Da man ja so andere Entspannungspraktiken schon kennt, war dieses in die Entspannung kommen nicht schwer für mich. Aber dieses Schema oder diesen Weg, den man da gehen sollte, das fand ich ein bisschen schwierig. Aber je öfter man sowas gemacht hat, desto was da wurde es eigentlich. Ja. Danke. 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 Vielen Dank.